Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Ja, hier sind irgendwie Kreaturen noch. Ich weiß nicht, irgendwas schnarcht hier. Ganz laut. Ich habe hier eine Tür gefunden. Ich weiß jetzt nicht, was sie mir bringt. Oh, hier schnarcht. Okay, hier tut nichts schnarchen. Das ist doch nicht wahr, wie viele Viecher sind denn hier noch überall? неплохal. Nein, Gott, ich habe nichts. Kein Gott! Oh, was? Hier war ich doch. Okay, geh hier durch. Ah, ich hätte mich hier da so an den vorbeischleichen können dadurch. Oh, toll. Boah, das sah cool aus. Nachricht von einem Soldaten von Seraphidens Expedition. An meine Kameraden, seid vorsichtig. Die Magie der Beste, die dieses Land durchstreift, ist stärker als die der Eingeborenen. Versucht euch davor zu schützen und wenn ihr Symbole auf dem Boden seht, dann flieht. Okay. Okay. Ähm. Ich glaube, ich darf hier gar nicht sein. Nee. Ich glaube, ich bin hier gerade außerhalb des Weges irgendwie. Hä? Hä? Aber wo soll ich denn dann sonst lang? Ich habe mich total verfranst, ey. Hat man mal hier eine Karte irgendwie so ein bisschen so? Boah, die ist da vorne. Ich muss also hier durch. Ich muss da irgendwo nach rechts. Ja. Ja. igel, das ist eine Karte. Dann nicht kurz drehen, zurück zu schützen. Ja. Ja. Wkarri. Ich muss jetzt nicht weiterlaufen. Das ist komisch. Ich muss da vorne kommen. Ich muss jetzt aufs Neck. Wie, die ist der Karte? Ja. ich muss hier irgendwie drunter durch aber da war doch gerade kein weg ja unmöglich zu erklimmen jetzt bin ich ganz so anders was ist denn jetzt hier los ich bin verwirrt ich komme jetzt hier raus so wirkt es jetzt für mich fahrt nach rechts gehen aber das hilft mir nicht ich komme ja so und doch doch da bin ich wieder auf der brücke aber da bin ich doch gerade nicht drüber gekommen hier lang ist das richtig ja bestimmt hier war noch ein eingang und hier war noch ein weg hast du ein tränker dabei oder irgendwie was so jetzt gucke ich noch mal hier stand sie vorhin ja da muss ich jetzt hier war wenn das gleich alles umsonst war und ich dieses viel nicht besiegen kann dann rass ich aus so ernsthaft so ernsthaft Der Mund lächelt so laut. Ich speichere mal vorsichtshalber ab, denn wir wissen es nicht. Der Wald der Ältesten. Okay. Da hinten leuchtet was. Brief von einem Soldaten von der Seraphadins Expedition. Diese Expedition war eine Falle. Ich wusste, dass es eine schlechte Idee war, dieser Hexe durch eine Tür aus Wurzeln zu folgen. Die gehörnte Bestie, die hier haust, war nicht begeistert von unserer Anwesenheit. Einer meiner Kameraden wurde schwer verletzt und ich fürchte mich zu sehr, um zurückzukehren und ihn zu holen. Was mich betrifft, so stecke ich hier fest und werde sicherlich verhungern. Ich habe alles versucht und irgendwann war ich so wütend, dass ich die Bestie stürzen ließ. Dass ich die Bestie stürzen ließ. Aber leider erholte sie sich schnell wieder und ich musste um mein Leben rennen. Verflucht sei dieser Professor und seine dumme Forschung. Ich bin so hungrig, dass ich meine Stiefel essen könnte. Okay. Ich krieg langsam immer mehr Angst. Und ich muss hier runter. Gehörnte West hier. Ich meine, wir haben ja so ein Vieh schon mal gesehen. Wir wissen ja, wie es aussieht. Oh Gott, da ist noch ein Lagerfeuer. Oh, wie geil ist das denn gemacht. Och, das ist ja opti, ey. Das ist mal nice. Guck mal was da. Sieht so durchsichtig aus, ne? Oh, das ist nice. Warte mal, wenn ich jetzt schlafe, ne? Sind da meine Sachen wieder aufgefüllt? Schade. Hätte ja sein können wie bei den Bitcher oder irgendwie so. Ich hatte Hoffnungen. Scheiße. Den können wir nicht. Nein... Jeg Serben. Ach ... Ah! Wir waren das nicht. Was? War das denn? Oh Gott ist tot. Oh fuck. Mein Gott. Oh Gott. Oh fuck. Mein Gott nein. Das kannst du sowas von knicken. Na? Das kannst du knicken. Ah ah. Das schaffe ich nicht. Nicht mal ansatzweise. Aber gut. Wir haben hier jetzt ja dann Angesicht zu Angesicht mit einem D-Wart. Ich finde das heißt die von Dédré gesprochen hat. Dann versuchen wir das. Das hat hier mal so überhaupt nicht funktioniert. Das hat mal sowas von nicht funktioniert. Mh 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 mh. So. Können wir... Den können wir nichts verkaufen. Dann versuchen wir das halt mit diesem Heiligtum. Das funktioniert ja überhaupt nicht. 487. Boah. 3131. Guck mal hier ist doch näher. Wie stark das Fieber und so war. Wir haben überhaupt keine Chance gegen ey. Gar keine Chance. Nicht mal anfangen. Ja. Nein. Ich bin da. Ich bin doch nicht. Geh. Ich bin da. Ich bin da. Da muss ich noch sowas von aufleveln, ey. Krass. Ich habe ja damit gerechnet, dass der Wasco hat sich ziemlich wacker geschlagen, aber Kurt nicht, ne? Äh, ich weiß gar nicht, woran das lag. Ach, ich wusste es. Ich kann sie auch nicht entscheiden, ob sie sich jetzt angegriffen fühlen oder nicht. Ein bisschen Pfeil auf meine Bläde. Und los geht's! Aber die Szene gerade mit der Perle, mit der Heilerin, ne? Die da von dem einen angeschossen wurde, wo dann das Vieh im Hintergrund dann auftaucht. Ähm. Das war doch das im Trailer. Oder irre ich mich da? Das war doch in dem ersten Trailer. So, Heiligtum finden. Oh, Lagerfeuer? Hä? Ich bin mir da vorbeigelaufen. Der war gut von mir. Ich dachte gerade, hä? Äh, war hier nicht gerade irgendwo eine Kiste? Da. Jetzt sind uns ein paar Tränke dabei. Ich muss unbedingt zu einem Schmied. Als nächstes muss ich definitiv zu einem Schmied. Und dann muss ich erst mal Sachen verkaufen und kaufen und, äh, Material aufrüsten und so. Ich bin mir da vorbeigelaufen. Ich bin mir da vorbeigelaufen. Ich bin mir da. Der Island kam schon lange lange vor, voll von Fragen er war er auch. Er hatte eine kleine Party von Warriors mit Smokin-Tubes, und auf ihren Chests, ein Golden Lion. A Lion? An emblem für die Pride der Bridge-Alliance. Sie setzten ein Camp neben hier, und dann verschwunden. All of a sudden. Do you know where, genau? Es war lange lange vor. I don't remember all that well. My memory has been leaving me of late. But it wasn't far from here. You will find it, I am certain. Ah, you are bringing back the memories. They were asking nearly the same questions you asked. Er sitzt ja da einfach so auf dem Baum. Ich hab' den erst gar nicht gesehen, ey. Boah. Ich schau' erstmal da in der Richtung. Ich hab' den hier. Ich hab' den hier. Die rote Schlange. Eine rote Schlange. Toll. Eine rote Schlange, yay. Wer freut sich drauf? Ich nehm' mich. Vorhin der Reh, äh, dieser Hirsch da, der war auch gut. Hier soll ne rote Schlange rumlaufen. Ich kann überhaupt nicht da drauf sehen. Mal ansatzweise. Okay, ein Insek. Ein Fresco in diversen gelberen Farben. Es beträgt eine Art Insek. Es beträgt eine Art Insek. Hakeln weg, bevor wir etwas tun konnten. Wir versuchten ihm zu helfen und wir schafften es schließlich, den Fortsatz abzutrennen. Aber leider war der arme Junge bereits tot. Wir müssen in Zukunft vorsichtiger sein, denn... Ja. Ein rostiger Brückenallianz-Schlüssel. Das ist eine Ruhe. Wir müssen die Arme übernauen. probably you can still discern the crest of the alliance on this doublet let's search the area there might still be something interesting it would be enough for a simple food from the kreature to ruf and that ritual probably depends on the fact that these gifts of beer in gering mengen reinigende eigenschaften besitzen it's all because it is not really the gift of beer and the gift of the sumpf okay ich möchte dieses ritual aber nicht vor nicht machen also definitiv was du wollen strange strange we found the camp you spoke of well all that remains of it we told you you were not the first her and I say went by here many died what happened to them I warned them I remember they did not listen very well too bad their weapons were strange strange and powerful but not enough so the marshes more powerful still that doesn't seem to bother you all that much Tia Freddie Gibbs dear Freddie takes back but you're still here what do you want again I found this note it speaks of a ritual but it is incomplete do you know anything else about it a ritual yes there is a ritual for the impatient for me it serves no purpose I am here oh you wait but for me it would be useful can you help me there there must have her reasons the folly of youth do you see those drums over there they awaken the earth as long as you play them correctly awaken the earth oh and that's not all once the earth is awakened the stone will appear that must be quenched quench a stone but you're still here what do you want again oh how do you play the drums oh that's easy the music is the first language of Tia Freddie it resonates with the earth you need only respect the natural order for the earth to hear you a predator a prey the cycle that's not really all that clear come now come now you must first make the snake rattle unless it is first to be the insect time devours all memories I do remember one thing do I'm listening each drum must only be played one time and only once but you're still here what do you want again quench a stone what does that mean water trickles on the stone and returns to us empowered by its force but sometimes water is not enough this note i found explains a recipe a potion thought to contain the essence of this place is that what must be poured over the stone oh yes no doubt no doubt but you're still here what do you want again trommel nur einmal und schlange insect ich versuch's mal ich speichere aber vorher ab denn wenn da nämlich schon wieder so ein ekelhaftes Vieh kommt dann habe ich schon wieder verloren ich will leave you alone welche trommel ich speichere das okay wir haben jetzt hier die schlange das insekt und den frosch ich spiele als erstes die schlange dann den frosch weil die schlange frisst den frosch der frosch frisst das insekt ich dachte es war raubtier und beute ok dann fangen wir so an dann fangen wir mit ja ja something's appeared over there it seems as if it's some type of altar it looks like an altar okay was ist das ist ein kopf oh mein gott was ist das seien hatte ich nicht schon mal so eine Vieh getötet gut geht wieder mitten rein ey das ist ein krieger ne mitten rein ins geschick also schnell auf die beiden scheint es ist ja hier nicht das mache ich jetzt hier noch fertig gut ausgewichen das ist immer wie so ein unheimliches Vieh, ich weiß auch nicht die sind die blöde die 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 Monsters! Murderless! Assassin? Of this creature? May the earth swallow you all! We had no choice. This creature attacked us. Explain yourself rather than insulting us. Ignoral forerunners! She was a Nadai, a guardian! A denigod returned to nature! I don't understand. Are you telling me that this creature was once a woman? It was my woman! You and all those of your cursed island are fools and destroyers. But Enolmilfrictimen will soon send you back over the water. He will destroy you as you destroy us. He has already begun. Enolmil... What? I have no idea what all this gibberish means. But it sounds to me like he's cursing us. One mystery after another. What we take for a demon was a woman transformed into a beast. And now we have but a simple name. Enolmilfrictimen. This man, or this thing, seems to be after us. Perhaps it is behind all of this. We need to learn more. So. So. Tut mir ja leid für den alten Mann, aber... Ja. Ist leider so. So. Ich muss mich jetzt aber bei euch verabschieden. Und sage tschüss bis zum nächsten Mal. Und sage tschüss. Und sage tschüss. Und sage tschüss. Vielen Dank.